Bööö, echt schon. Wenn nicht oder so wie es das heißt, und alle, nur hab ich noch genug meine Rüstung. Yeah. Ich wollte es von der Verkämpfung. Wollen wir das andere dann eigentlich noch machen? Ach, was? Nö. Ähm, sag schon. Was denn? mit 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 aufscreens bauen können wir meinetwegen deswegen eigentlich ja mir relativ 1 2 3 4 ja ja boah ist das dunkel hier ne heule nur weil ich ja jetzt wird grad schon anfangen mit dem mit der farm wenn ich das jetzt durchgemache werden die zuschauer sich auf jeden fall einkotzen ja hallo spanchen komm her 1 2 1 2 4 5 6 7 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 8 mal gucken ob ich lebendig da hinkomme ach scheiße bin ich ja mal gespannt ich wusste dass ich sterbe deswegen habe ich nur das bisschen mitgenommen 5 6 7 7 7 8 9 10 11 12 hallo schweinchen 5 7 7 7 7 7 8 10 19 20 nein 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 doch weil es geht noch wieder weiter runter schlachten laber nicht ach ich hab wieder kein essen zu brennen na komm schon ja ja hast du nicht ja hast du nicht na schweinchen naa hihihiihi glaub mir mal ganz kurz aus was los mit dir ja ja also das schwert krieg ich nie wieder warum nicht na egal echt hattest du denn was kaputt ist hier schwert war das so sehr relativ ja ist es auch glaub ich mach das jetzt auch was du angefangen hast ich hab genug koppel dafür ne genug koppel habe ich da auf jeden fall nicht für das weiß ich aber ich nehm auch also nicht anderen steinen also ich nehm ich glaube koppeln obwohl da müsste ich eigentlich hier unten noch strippen ein und ich hab wirklich verdammt viel koppel hier rumliegen na dann verbrauchen und steigen naja ich mach ne kleine Mischung und daraus scheiße auf wie es wirklich ist das ist doch vollkommen egal weil nicht hübsch aussehen aber die decken ne macht die decken wenn du zwischendecken einziehst immer mit Slaps und Slaps nicht unter dem also nicht die unteren Hälfte sondern die oberen Hälfte können keine Fledermäule sich da festsetzen um keine sicher drauf zu bauen ja ja doch oberhalb auf dem Block können sie ja welche nur wenn du dann dann können ich mach das ganz anders ich hätte das mich ausprobiert oh mit Workbank so ich mach mal einfach mal meine ähm Crafting Table mitgenommen aus dem Haus hier ist das schon gut was selbst machen wir uns schon mal Sack Sack oder und da liegen das und weil ich viel erfahrungsmute noch liegen das war jetzt ein bisschen ein bisschen ja auch nein er kommt wieder ein körper kommt wieder zack zack ich hab's gemacht zack 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 alter 3 skelette und küber aber ich irgendwo dennoch leid an müsste ich eigentlich noch ja genau kommt noch zwei körper und noch ein skelett dabei was ist denn los wir trotzdem nicht schlafen was auf die nacht sticks der wasser ja genau noch zwei spinnen hier ja wieso nicht noch drei herzen ich mich jetzt ein hier und zwar das bild und ich will zurück hat er das dritte skelett und musste gerade schon das eine skelett auf das eine lenken ich hätte den schweren draufgegangen ist nicht draufgegangen so besser so abschneider 16 level welche wie hoch muss das sein 21 mache ich aber nicht ich mache das mit lava was den lavatrick ja ich mache einfach eine schaltung und da brauchst du dann einmal drauf drücken button dann geht das drei sekunden dann ist die da war passend weg dann kann sie mit anschlagen nein endermann schlage ich jetzt nicht habe ich keinen bock zu und obendrauf oder seitlich werde ich eine weizenfarben anlegen oder zwischendrin würde ich halt an höhe gewinnen oder sowas halten nur um weizen auch noch haben zu können ach so wieso nicht das war schon ein schaden ne warum warum das ist genauso wie ich weizen nur für die popperei weiß und so hier ja das passt also ähm 1 2 3 4 5 6 ach nee ich freut das macht heute wie die leiterbahn mhm das ist jetzt nicht gut fress 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 kopfschell ich hoffe noch level zu 20 mhm level 20 habe ich gleich schon wieder ok NEIN oh oh ja tot 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 hä ich wurde vom endermann erschlagen 1 2 ernsthaft 6 ich spring so weiter dann spring ich in ein loch rein da ist ein creeper der boxt mich raus ich hab mich wirklich raus gesprengt ne dann bin ich dann noch glimpflich weg gekommen nein jetzt kommt das auch noch ich weiß nicht warum der ender mich geboxt hat weil du truf bist da man mag dich jetzt nicht ich merke es jetzt sind 15 16 17 18 19 20 21 21 war richtig lass mich doch in ruhe jetzt kommen alle alle monstern auf mit nein ich sterb gleich schon wieder ach stell dich nicht so an doch ein herz verdammte axt stell dich nicht so an zack 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 natürlich scheiße sowas ja ne ja ne ja so wie verpiss dich ich x ich ne ne so du schiebst auch noch ich hab mir so viel Leben gekostet Schweine ja ne Spackalackenfrazen hier ausgebote nächte ausgeboten ne 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 en ne ne 초�ero ne frames podcasts nach den n tu zu der felsch hat den schaden nein hat er wohl darum habe ich gar nicht darum darum ja deswegen sagte ich ja das vorbauen also ich fange jetzt auch mit an das mache jetzt mal abwechseln das eine mache ich nachts und morgens und dann muss das schon pech gehabt ja nicht für uns für die zuschauer normal also geht ein durch schnell level alles rum ohne ausleuchten ist dann wirklich so aber übertreiben gleich eine 20 mal 20 20 20 20 20 groß ja das ist die beste größe 166 nein 20 mal 20 16 mal 6 ist doch schwach muss mindestens ein chunk in deinem dinge haben aber ich jeden fall bist du dir sicher ja mal gucken konnte man da gucken ja so kannst du nicht gucken das geht hier gar nicht mit f7 oder so auf der minimap kannst du gucken so man sitzt direkt in einen chunk drin warum war das ein radar nee radar nicht details chunk it da bei mir sind bei mir ist sogar ein 2 drinne jawoll überleg mal das ist 6x6 und ein chunk ist 16x16 ja du meinst ist dafür 20 x 20 interessiert mich nicht ehrlich solltest dich aber nein halt die maul halt die maul halt die maul halt die maul weil die decke werde ich erst reinziehen wenn ich das mit dem wasser und so gemacht habe oh ja jetzt ist das nervig weil sonst ist das dunkel da drin ich habe keinen bock die fucking rauszunehmen hast du nur eine etage oder was ich mache da so ich mache da wieder kennst du die alten farben noch mit dem kreuz in der mitte mit dem wasserkreuz ja ja die mache ich die habe ich bei mir auf der testfeld gemacht ich habe alles drum herum ausgeleuchtet das ding war immer frappelvoll und wie viele etage willst du machen vorerst mal eine die reicht vollkommen mach auch nur eine und warum fragst du wieviel ich machen will ja wenn du sagst du machst 6x6 und willst dann noch was dann mit rein machen der muss mindestens 2 breit sein ne dann ist es ja irgendwie nur noch 4x6 äh der tower ist 6x6 wo die runterfallen achso ja und die spawnfläche dann wollte ich schon größer noch keine sorge auf jeden fall so wegen dem wasser auf jeden fall dass das wasser auch nicht fließt was denn in die hose schießt was du schießt dir in die hose 3 4 5 6 3 3 3 3 so wie ich das in der vergangenheit wenn ich hier runterfall und sterb ist also egal ich habe nur noch acht viel kühe da schon wieder drin sind ich muss gerade warten dass man weizen das gewachsen ist das kann jetzt mal alles weg das nehmen das kann ja das gesagt das wird so ein bisschen langweilig für die aber aber scheiß drauf müssen wir tragen das ist nur einmal im jahr und die ist klar Gantau der und trallel die 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 das war ganz holz habe ich noch